schönen guten morgen und herzlich willkommen hier zu meinem item shop ich bin wie immer euer shopmaster ich hoffe euch geht es soweit gut ich würde auch gleich starten mit dem kollegen mit dem apollo von gestern der neue gestern reingekommen ist im shop kurz mal anschauen ein bisschen on fire und ein bisschen für lego figur mit armbedruckung ist auf jeden fall etwas mehr wert als lego figur so ganoven auch zurück könnt ihr wieder modifizieren wenn ihr wollt alles mögliche könnt ihr drauf machen so haben wir noch etwas schönes twist ok abfeiern ganz fresh eigentlich für 200 das war immer das gleiche aber ganz fresh eigentlich wiki die kleine wiki ohne kapuze sonst alles bekannt hier wurde jetzt ausgetauscht billy bones ok vorstrecker brice red 3000 sieht ja nicht ganz lustig aus muss ich sagen ganz lustiger type könnt ihr auch meinen kanal kostenlos unterstützen langen abonnieren nicht vergessen natürlich so jam songs lady gaga wird bei deinen gleich bis zum ende mit dabei sein fest die aus fest die aus russel kommt gestern neu mit ein und ich kann euch nicht hören verrutscht so irgendwas neues jetzt hier 25 der ersten noch nicht jetzt nicht weiter neu kann man auch schon mal rein die beiden kollegen von der nasa jujutsu kaisen kam gestern wieder zurück amatare alles beim alten geblieben chloe die teuren lego pakete ohne worte playstation paket im 80er style mit matthäus können wir kurz mal drauf eingehen und der sportwagen auch aus der 80er kann man machen geht so das war es auch schon wieder sind wir schon wieder durch genau würde ich mich bei euch verabschieden heute abend geht es weiter mit live vor die night on stage bis dahin hat eine schöne zeit euer shop master shop for now